Ja, es ist bald Weihnachten. Ups, jetzt hast du deine Mütze verloren, Luis. Komm, die setzen wir mal schnell wieder auf. Das geht ja nicht. So, Luis wollte ein Weihnachtsgedicht aufsagen. Noch, schon wieder. Jetzt lassen wir sie ab. Okay, Luis, na dann. Hast du dir was ausgedacht? Da bin ich ja mal gespannt. Ihr bestimmt auch, oder? Okay, Luis, jetzt bist du dran. Hallo, liebe Weihnachtsgegel. Weihnachtsengel? Manchmal bin ich ein frecher Wengel. Doch meistens bin ich ziemlich lieb. Also, Geschenke her. Pipi! Ich weiß ja. Ja. Tolles Gedicht. Mal sehen, ob die Weihnachtsengel, ob da was kommt. Bestimmt. Okay, tschüss.